ok wir haben einen fähigkeitspunkt fahrende mörderbogen experte pistolen experte gewehr schrotflintenexperte verbessertes bergen plündern sie tierkadaver sorgfältig erhalten sie zusätzliches bergungsgut sollen wir das machen hinse bei toten feiern versteckte taschen und zusätzliche munition zu erhalten benötigt feile wiederfinden alle greipangängen und schatzkarten sind nun auf ihre karte verzeichnet das können wir auch nicht machen pass auf machen wir das hier ja das blöde ist ich weiß nicht wie ich waffen abgeweite weiß ich wirklich nicht entweder bin ich zu doof dafür oder man kann es einfach noch nicht aber sollte man jetzt hier hingehen oder doch besser in die höhle gehen die höhle ja wo war die höhle scheiße ich habe das schon mal gesehen sie müssen rituell sein dieses frauen abbild hier ist besonders interessant das ist erst vor kurzem gemacht worden das waren die inselbewohner den wachs zufolge sind sie genau wie wir überlebende bemerkenswert na hoffentlich werden wir nicht auch mörder wie sie versuchs mit dem anderen hier fehlt der griff zusammen sie hält leider nicht ich werde nach was stärkerem suchen vielleicht liegt hier was nützliches unglaublich ob ich die axt wieder hinkrieg finden sie ein lager und führen sie eine abgehörte axt durch endlich oh ok wie viel brauchen wir dafür verstärkt die stem axt so dass sie zum bedienen von kurbeln tauglich ist auswählen ja auswählen ach da aber warum sollten überlebende eine uralte japanische sonnengöttin anbeten jetzt kann ich ausrüsten also doch wir mussten wirklich nur warten so dann wollen wir mal hopp 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 da ist ja gar nichts so die andere gehe ich jetzt auch öffnen ich hoffe gleich kommen keine wölfe da 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 weißt du da hinten ist ein hirsch aber die greifen mich an so so ist es ich glaube ich bin so dann wollen wir mal die hier aufmachen waffen modifizierung das da haben wir noch nicht verfügbar fähigkeiten ausrüstung bogen aha bogenabgodes was haben wir hier so outfits verstärkte wurfarme verstärkte wurfarme ermöglichen wir brauchen dafür 250 gewickelte sehne gewickelte sehne die einen höheren schussfrequenz ermöglicht pass auf wir machen ja wir müssen so oder so noch warten ok das könnte man machen pass auf ich mach das auch so gewickelte sehne sieht gut aus jetzt macht das spiel langsam spaß wenn man es weiss wie es geht das blöde ist wieso wieso speichert der nicht nicht dass wir speichern können aber nicht speichern und dann ok pass auf irgendwo war ja hier da ist doch was da war doch noch was oder war hier gar nichts nein hier war gar nichts da da waren nicht die hülle wo waren jetzt die hülle da da war die hülle da war die hülle pass auf gehen wir erstmal hier rein weil wir müssen da hinten ja so oder so noch hin grab des abenteuerers grab des abenteuerers ok hier finden wir überhaupt nichts so jetzt geht unsere flamme aus na toll wir brauchen feuer aber unser feuer geht jedes mal aus ja also wieder zurück kann man doch nichts machen gehen wir mal wieder zum forscher hier kann sie nicht rennen doch auf die die sind die 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 Okay, in dieser Region kriegen wir anscheinend jetzt weniger Erfahrungspunkte. Dann leg los! Diese Frauen-Abbildung auf dem Tor, dem Alter der Symbole nach, könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausreißen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Komm schon, mal sehen, was wir finden. Das könnte eine Wahnsinn-Story sein, Lara. Aber nur wenn wir sie überleben. Sie müssen hier mal so langsam laufen. Unglaublich, es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamathais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch Sie. Wir können Ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass Ihr uns zu demjenigen bringt, der Euch anführt. Was tun Sie da? Stimmt. Nein! Ich leere das! Nein! Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was Sie sagen! ā? Du bist du wirklich? Sorgen? Was wollen Sie die ...? Tuh! Lär. Ich musste das eingreifen. Mach du mir! Bitte. Tuh! Ich sagte mich. Und du bist... ...hörigund! ...duberst du meine Sägere. ... Okay, müssen wir jetzt abhauen. Deckung, gehen Sie hinter die Hüft. Hüllen Objekten in Deckung. Ganz ruhig bleiben. Ich bin schon dabei. Jetzt wäre die Sekretärzüge sicher. Wie sieht's aus? Ich finde sie nicht. Sie ist weg. Dann such weiter. Da, wo haben Sie es schon? Oh Gott. Ich bin schon dabei. Ich habe keine Ahnung, wo ich nicht gehe. Ja, du denkst, du bist so weit, die Gugel? Du bist nicht weggekommen! Hey, du! Geh!" Schaden! Na toll, jetzt habe ich mir an die Nase gepackt. Klasse, jetzt habe ich mir an die Nase gepackt. Und dann müsste man F drücken, alles klar. Sie war auch eine Parade.